Liebe AIDA-Fans, ich befinde mich bereits auf meinem Patenkind, der AIDA Perler. Ich kann es schon mal verraten, es ist ein wunderschönes Schiff, ihr könnt euch drauf freuen. Und ihr könnt euch natürlich auch auf die Taufe freuen. Am 30. Juni auf Mallorca gibt es die große Party. Wir haben Lichtershow, wir haben Feuerwerk und wir haben Special Guests. Wir haben Tore Schönermann, meinen Kollegen, und die zwei Voice-Gewinner der letzten zwei Jahre. Also freut euch drauf und wer nicht in Mallorca mit dabei sein kann, der kann aber auch online dabei sein, denn wir haben natürlich einen Livestream auf allen AIDA-Kanälen. Also viel Spaß beim Zuschauen und bis dahin, liebe Grüße.